und herzlich willkommen zurück zu weiteren folge von diesem vier mit der family dynamic challenge und mit einem neuen auftrag von zaya heute übrigens auch ohne face kann man es ist einfach es ist viel zu warm ich drücke mal ganz kurz stopp und zwar habe ich jetzt neuen auftrags modell in architekten karriere ich habe jetzt lange noch ein paar räume um das renoviert und jetzt haben wir eine ganzen etagen renovierung vor uns da das hier ein appartement ist können wir also das ganze appartement sozusagen umdekorieren was ich ziemlich cool finde und ja genau was steht denn hier unser haus könnte wirklich einen neuen look gebrauchen aber wir können uns nicht auf ein konzept einigen kannst du uns bei der entscheidung helfen und wir haben eine ganze etagen renovierung ich muss erst mal gucken du bist der kunde dann würde ich sagen stellen wir uns erst einmal fröhlich vor dann haben wir e-mails bauen wenn wir eine ganze etage bauen müssen statt jetzt nur ein raum wir haben auch ein etwas größeres budget ist jetzt aber nicht so riesig da müssen wir mal gucken wir da vorgehen gut wir fragen uns direkt mal nach ihren lieblings design übrigens habe ich jetzt ein paar sachen rausgefunden die man hier besser machen kann und kann man sie jetzt so lange fragen bis eine farbe rauskommt oder nicht sein was einem gefällt wenn sie zum beispiel sagen sie mögen eine bestimmte farbe nicht dann kann man sie einfach nach einer anderen farbe fragen und dann kommt vielleicht etwas was ihnen gefällt aber jetzt erst mal schauen wir mal dass wir auf ein paar punkte kommen was haben wir jetzt hier ok sie mag zum beispiel kein mission stil dann fragen wir sie einfach mal nach einem anderen deko design vielleicht kriegen wir was aus raus was was sie mag wir fragen wir mal ok sie mag moderne deko das ist schon mal ganz nett wir könnten sie doch mal nach einer lieblingsfarbe vielleicht fragen könnten aber noch einen anderen deko-stil vorschlagen wenn ihr hintergrund eine kleine katze mir und hört das ist mir nicht ich denke mal nicht dass das als lauter sei jetzt haben wir nur noch was was er nicht gemacht ok dann fragt sie machen neuen deko idee ich würde nicht was rauskriegen was sie mag ok 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 jetzt haben wir ein deko stil mir gefällt und zwar basic deko oder basic wo müsst ihr denn um sich hier nicht ihr seuer appartement auf der seite gut dann schauen wir uns das ganze doch mal an und guck mal was wir so zaubern können es wurden auf jeden fall ziemlich viele sims das sind ja alles kunde 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 und ich denke drin ist nur ein bett ja das heißt wir müssen mal gucken dass wir vielleicht haben wir betten stellen vielleicht zwei doppelstock betten damit wir halt ein paar mehr sims hier unterbringen können weil die wohnen ja immer alle kunde wie viel wohnt denn hier 18 wahrscheinlich oder da muss man mal gucken wie gesagt die wohnen ja alle zusammen oder wäre es ja cool wenn jeder oder wenigstens fast jeder im bett hätte gut dann würde ich sagen nutzen wir die gelegenheit um die kunden wegzuschicken ich denke hier ist kein baby dran ok gut dann würde ich sagen machen wir das erste foto im schlafzimmer wie gesagt das heißt natürlich ist das appartement nicht für so viele sims ausgelegt daher so viele sims wohnen würde ich einfach 34 stoppen also doppelstock betten einstellen damit die halt alle schlafplatz haben das würde ich sinnvoller finden okay wartet mal dann machen wir erst mal vorher fotos und wieso ist die noch da die wohnt hier gar nicht das ist das problem okay wie mache ich das denn dass ich so möglichst fast den ganzen raum drauf habe vielleicht aus der ecke dann zu mich im ordentlich raus sieht es halt sich so schön aus aber wir haben immer ein gutes vorher foto von dem raum ich denke das kann man nutzen gut das bad das kriegen wir auf jeden fall auch ein bisschen besser hin könnt ihr bitte bitte gehen einfach dass er so lieb weil ihr stört irgendwie aber gut die werden schon abwarten gut dann noch mal vorher foto machen gut dann werden wir uns jetzt einfach mal hier in die ecke stellen und ja ich war denn so etwas weiß man ja wie es aussieht so und jetzt können wir hier noch mal ein foto machen auf jeden fall kommen wir hier hin und dann vorher foto machen können wir noch ein foto von der küche machen und foto vom wohnzimmer küche gucken ob er das jetzt sowieso großartig verändert kriegen aber wir können eh viel viel mehr fotos machen ach so ich konnte ich kann viel mehr fotos machen ich dachte mal weil ich natürlich noch einmal drin war aber natürlich können wir viel viel mehr fotos machen und dann machen wir doch auch viel viel mehr fotos aber so viel brauchen wir jetzt auch nicht gut dann fotografiere ich noch mal kurz diesen flur hier und dann sollten wir eigentlich mal alles haben da werden wir ja schon irgendwie was hinbekommen was geht gut ich würde sagen wir machen das aber wieder alles im schnelldurchlauf ansonsten dauert es einfach so lange und dann sehen wir uns dann wieder wenn ich das apartment umgestylt habe wenn die lights are out und you stumble in the dark Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020